Alter, weil das ging gerade echt gar nicht. Also, nee, das können wir nicht zulassen. Das geht nicht. Du sollst in den Personalraum, dann geh in den Personalraum. Da ist er jetzt. So, welcher von euch... Du gießt bitte sofort die Blume im Personalraum. Es kann nicht sein, dass hier eine Blume so derart tot ist. Und keiner beachtet sie. Also, das ist ja wohl echt die größte Frecher, die ich gesehen habe. So, Pflanzentyp. Dankeschön. Isse Kohl. Ja, das passt. So, ich hoffe, der macht jetzt nicht Pause, weil sonst kriege ich die Krise. Der macht echt Pause. Ich glaube das nicht. Ja. Muss ich dazu irgendwas sagen? Nein. Ich glaube nicht, oder? So, dann bauen wir jetzt hier die Pharmathike hin, in der Hoffnung, dass gleich wieder zwölf Patienten kommen. Dann sind wir nämlich vorbereitet. Besser jedenfalls als vorhin. Vor allen Dingen, den Platz können wir später gut nutzen, um den Röntgen zu bauen. Bänke müssen erstmal ausreichen, aber ich kann ja trotzdem nochmal drüben nochmal vier Bänke setzen. Mit ein... Nein. Patientin im Endstadium wird gebeten, zum Anfang der Warteschlange vorzurücken. Ja. Darum wollte ich auch gerade bitten. Mensch, Opa, geh ein bisschen schneller. Pff. Och nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Versuchen Sie die, haben Sie nur eine begrenzte Zeit, um alle infizierten Patienten zu heilen. Aha. Eine Schwester in die Pharmazieke, bitte. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ja, super. Das läuft hier gleich mal richtig gut, wa? Ich hab doch nur neu geladen. Was wollt ihr von mir? Ich bin ansteckend, ja. Ich glaub auch. Super. Hoffentlich kann sie nicht auch noch die Erze anstecken. Das wär ja noch besonders schön. Glücklicherweise ist es momentan nur eine Patientin. Pharmazieke, ja, geht da bloß rein, ey. Verdammt, die Ratte ist schlau. Die Ratte ist schlau. Die hat sich hier drunter, ja. Die hat sich echt da drunter, hat sie sich da ihr Loch reingebaut. Glaub ich ja wohl nicht. Aller drin. Ruhig dich. Doktor, bitte dringend in die Cardioabteilung. Du gehst bitte zurück auf die Station. Auf einen baldigen Besuch des Gesundheitsinspektors bemerkbar. Was soll denn der Scheiß hier? Ja, knackbacken. Ja, kümmern wir uns drum. Also gerade läuft es richtig scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Aber richtig scheiße. Ich hab doch nur einmal geladen. Was wollt ihr von mir? Epidemie vorbei. Entwachtung. Ein Arztpettel. Dennoch Gerüchte zu angekommen, dass ihre Institutionen eine schlimme Arzt verschlägt. Hat es nicht geschafft, Beweise zu finden, die diese Gerüchte untermauern. Die Regierung hat beschlossen, ihnen eine Entschädigung für den Schaden zu zahlen, den dieser Schwindel den guten Ruf ihres Krankenhauses zugefügt hat. Hurra. Wichtige Durchsage. Patienten mit Knacksacken im Anmachen. Ähm, Kollege. Das ist nicht dein Ernst, ne? Ja. Ich erspare mir jetzt gerade mal jeglichen Kommentar dazu. Das sah gerade echt wie ein Bärtchen von einem gewissen österreichischen Herrn aus. Mehr sage ich dazu nicht. Vor allem die Gesundheitsinspektoren sehen einfach stumpf genauso aus wie die VIPs. Doktor, bitte dringend in die Radioabteilung. Habt ihr euch um den schon gekümmert? Gott sei Dank. Ist er echt schon weg? Wow. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, da muss ich jetzt tatsächlich die Personalraum umplatzieren. Boah, ey. Also das war ja echt schon wieder. Das war ja echter Schock jetzt, eine Session. Oh, bricht einfach mal eine Epidemie aus. Ja, toll. Super. Doktor, bitte dringend in die Radioabteilung. Also das Spiel meinte es heute richtig gut mit mir. Ich merke das schon. Alter Schwede. Und ich kann mir schon so richtig vorstellen, wie der eine oder andere davor sitzt. Haha, geil, Lars. Jetzt hast du auch mal Probleme. Ja, danke. Doktor, in die Psychiatrie bitte. 83% nehmen wir. Eine Schwester bitte in die Polyklinik. In die Polyklinik. Ha, ha, ha. Ach, nö. Das war jetzt direkt die Strafe für den schlechten Wortwitz oder was? Zu viele Seifen, Opa. Nein, das können wir schon. Ein Arzt in die Allgemeinrichtung. Ein von einem, ja. Wo willst du hin? Ach, willst du die Hause machen? Ja, la, 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 la. Ein schönes Lied. Ich brauch dringend mal... Ach, du Scheiße. Gleich neu kaufen. Das geht ja gar nicht. Die war ja fast komplett im Arsch. Die hat ja nicht gewartet, die Sau. Stell dir mal vor, das Ding wäre jetzt in die Luft geflogen. Dann wäre ich jetzt richtig angearscht gewesen. Elf, Leute. Ich weigere mich, diesen Notfall anzunehmen. Ich glaube, das würde kein Arzt der Welt wirklich sagen. Jo. So, sie ist einigermaßen fit. Wie sieht das mit der in der Klinik aus? Die ist auch fit. Gut. Okay, die Meinung des Herrn Hohen Bollern. Der Name ist geil. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Die Schwester nimmt sich in die Pause. In die Pause. Alter. Leute, die kann nicht in die Station. Die müssen da bleiben, Freunde. Hallo. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Mädels. Ihr seid in der Pharmatheke. Bleibt da auch. Mein Gott. Die geht trotzdem. Sag mal, wie blöd bist du, Mädel? Du bleibst da. Hör mal. Hast du nur einen Schuss nicht gehört, oder was? Meine Fresse nochmal, ey. Entschuldigung. Jo. Gesundheit. Alter, ich muss echt gleich eine vierte Schwester einstellen, oder was? Weil die zu blöd sind, da zu bleiben. Das kann doch nicht angehen. Wo ist sie denn? Da. Du gehst in die Klinik. Du arbeitest jetzt ein bisschen länger. Selber schuld. Es ist gerade ein schlechter Zeitpunkt. Mädel. Sag mal, bist du doof? Hallo. Oh, Leute. Es kann doch nicht angehen. Sag mal, wie dämlich seid ihr gerade. Ganz ehrlich, habt ihr eure fünf Minuten, oder was? Du bleibst da und du gehst da hin. So. Das ist ein Notfall, Leute. Also ehrlich, also. Doktor, in die Psychiatrie, bitte. Ja, Mädel. Jetzt weißt du nicht, was du tust. Also. Also sowas dämliches. Also ehrlich. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. So, und sämtliche Maschinen, gut, außer der Gipsentferner, müssen mal gereinigt werden. Ja, das auch. Aber vor allen Dingen repariert werden. Sehr gut. Diesmal werden sie besser fertig damit. Sehr schön. Oh. Ne, da wollte ich nicht hin. Glücklicherweise haben wir diesmal noch keinen da. Aber vorhin, was war das denn mit den Schwestern? Sag mal. Das war ja, was war das denn? Ich hab echt gedacht, das kann ich angehen. Achso, die will da jetzt hin. Ja, dann. Okay. So, du löst mal deine gestresste Kollegin ab. Dann kann die nämlich mal ihre Pause machen. Auf die sie ja die ganze Zeit besteht. Die alte Nuss. Die hätte ich fast dafür gekündigt, ehrlich gesagt. Ja. Sie haben drei Viertel des Levels bereits verloren. Ja, geil. Danke. Dankeschön. Du bist vielleicht nett zu mir, du Arschloch. Ehrlich. Also, das ist eine richtige Scheiß-Session heute, muss ich ehrlich mal sagen. Richtig scheiße. Aber so richtig. Ne, nur so ein bisschen. Ne, richtig. Richtig schön rein in die Grütze. Was soll ich machen? Ich hab nun mal kein Geld. Meine Fresse nochmal. Ich kann nicht auch nichts für, wenn ich kein Geld hab. Mann, ich tue, was ich kann. Nö, das reicht uns nicht. Das ist nicht gut genug. Meine Güte nochmal. Das ist ja schlimm. Brauche ich die Pharmatik jetzt da drüben auf. Muss ich echt sagen. Also, ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich davon halten soll. Bisher haben wir uns so gut angestellt. Jetzt musste ich einmal neu laden und schon ist alles scheiße. Also, irgendwas kann ich ja nicht hinnauern. Und das ist mir jetzt egal, ob da jetzt irgendwie was nachkommt. Das ist mir echt wurscht. Wir brauchen jetzt dieses blöde Röntgengerät. Weil es kann nicht sein, dass wir so viele Leute nach Hause schicken müssen. Oh, ist das riesig. Wir haben jetzt immer noch nicht genügend Platz, um das Ding da hinzusetzen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wir müssen das Ding echt darüber setzen. Es geht nicht anders. Weil das Ding so viel Platz wegnimmt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Riesen-Aparello. Alter Schwede. Ja, keiner hat gesagt, dass Theme Hospital einfach ist. Im Gegenteil. Theme Hospital kann ziemlich scheiße sein, wenn es will. Also, vom Schwierigkeitsgrad her, meine ich. Also, das Spiel selber insgesamt ist super. Da kann man nichts gegen sagen. So, Röntgen. Wie kann das sein, dass wir kurz vorm Verlieren sind? Sag mal, spinnen die? So. Kann doch mir nicht einfach an den Kopf werfen. Ja, du stehst kurz vor der Niederlage, mein Freund. Hallo? Sind wir denn hier? So. Zack. Ja, ich weiß. Das kostet viel Geld. Oh, was soll ich machen? Wir brauchen das Teil. Das ist das Problem. Ohne das kommen wir nicht weiter. Ah, warum zwei Dritte? Äh, warum drei Viertel verloren? Was soll denn der Scheiß? Seid ihr blöd? Äh, nicht ihr, sondern, äh, das Spiel. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ah ja. Warum arbeiten hier eigentlich nur zwei und nicht drei? Jo. Doktor, bitte dringend in die Cardioabteilung. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Willst du denn jetzt hin? Steht hier nicht. Wichtige Durchsage. Epidemie-Warnung. Och, nö. Lockst du in die Psychiatrie, bitte. Oh, Leute, wie soll ich denn diese scheiß Epidemie verhindern? Ein Arzt in die... Was soll denn das Scheiß? Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Vor allem Lachkrampf. Als ob ein Lachkrampf... Ja, gut. Lachen ist gesund, aber trotzdem... Weiß ich nicht. Ich weiß gerade echt nicht, was ich davon halten soll. Ehrlich gesagt. Ich will den Arzt haben. Du kommst jetzt sofort mit. Aber wir müssen die Alte so schnell wie möglich behandeln. Das mit der Epidemie ist echt scheiße. Es ist zwar logisch, aber es ist echt scheiße. Doktor, bitte dringend in die Cardio-Abteilung. So, was ist mit dir, Forscher? Achso, ihr wollt Pause machen. Ach, deswegen. Okay, dann mach Pause. Zack. Entlüftung. Ja. Es gibt immer irgendjemanden, der einen anschwärzen will. Jetzt habe ich zwei Epidemien innerhalb kürzester Zeit gehabt. Aber wie kann ich das verhindern? Muss ich mir Pflanzen holen? Oder wie kann ich das verhindern? Und gute Luft, ja. Die Hälfte des Levels bereits gewonnen. Was willst du eigentlich? Er sagte, die Hälfte des Levels... Drei Viertel des Levels verloren, was? Und jetzt sagt er, joa, sie haben fast gewonnen. Ja, hä? Eine Schwester in die Cardio-Abteilung. Freund, du verwirrst mich. Also ganz minimal. Ehrlich. Brauchen wir mal mehr Pflanzen. Ja, vielen Dank. Dringt eine Handlange einstellen, der sich... Und ich sollte allgemein, glaube ich, mal mehr einstellen. Warte mal. Pause. So, wir gucken jetzt mal kurz. Kann man das sehen? Welche Ausrichtung die haben? Nein, natürlich nicht. Das ist ganz toll. Gut. Also der ist fürs Fegen zuständig. Bis zum nächsten Mal.